Das Sonnensystem. Wir haben alle dieselbe Heimat. Es ist der wunderschöne blaue Planet. Er wird auch Erde genannt. Die Erde befindet sich im Sonnensystem. Es ist nach der Sonne benannt. Sie ist der zentrale Stern. Um diesen drehen sich die Planeten. Im Sonnensystem gibt es insgesamt acht Planeten. Einer davon ist die Erde. Der Sonne am nächsten ist der Merkur. Dort kann es glühend heiß oder auch eiskalt sein. Er ist auch der kleinste Planet im Sonnensystem. Zwischen Merkur und Erde ist die Venus. Sie ist heller als alle anderen Planeten. Deswegen nennt man sie auch Morgenstern und Abendstern. Auf der anderen Seite der Erde ist der Mars. Seine Oberfläche ist rot. Zur Erkundung wurden Sonden zum Mars geschickt. Der nächste Planet ist der Jupiter. Auf ihm gibt es einen Sturm, der größer als die Erde ist. Der Sturm tobt bereits seit 200 Jahren auf dem Jupiter. Er ist der größte Planet im Sonnensystem. Der zweitgrößte ist direkt daneben. Es ist der Saturn. Der Saturn wird von großen Ringen umgeben. Mit einem guten Teleskop kann man sie von der Erde aus sehen. Danach kommen Uranus und Neptun. Auf diesen Planeten ist es dunkel und kalt. Sie sind sogenannte Eisriesen. Neptun ist der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Bis 2006 war das der Pluto. Der gilt heute als Zwergplanet. Seitdem hat das Sonnensystem nur noch acht Planeten.